Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Freundinnen und Freunde. Wir ehren heute einen Menschen, der in der Zeit des faschistischen Raubkrieges und des Terrors gegen Jüdinnen und Juden, gegen Sinti und Roma, gegen Menschen mit Behinderung sowie gegen Andersdenkende vor der faschistischen Diktatur nicht in die Knie gegangen ist, sondern Teil des Widerstandes war. Ich will heute auf den politischen Lebensweg dieses mutigen Arbeitersportlers und Antifaschisten nicht eingehen, weil das ist vorhin schon getan worden. Nur so viel sei noch angemerkt. Er hat den Sieg über den Faschismus nicht mehr erlebt. Seinen Kampf als Teil einer weltweiten antifaschistischen Front hat er mit einem der höchsten Dinge, die der Mensch besitzt, nämlich seinem Leben bezahlt. Und wie er wurden Tausende deutsche Antifaschisten, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer ermordet. Und nicht vergessen dürfen wir auch die Millionen Menschen, die der Mordmaschinerie der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind und die Millionen Soldaten und Partisaninnen und Partisanen hier für den Krieg über Nazi-Deutschland gefochten und gefallen sind. Sie alle haben uns eine Botschaft hinterlassen. Der Kampf gegen den Faschismus muss weitergeführt werden bis zu seiner Auslöschung. Sie haben aber auch ein positives Ziel formuliert. Den Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit. Und noch etwas haben Sie aus eigener Erfahrung mahnend an uns gerichtet. Die Fehler aus der Weimarer Zeit, die Spaltung der Antifaschistinnen und Antifaschisten sollte zukünftig vermieden werden. Eine Orientierung, die ihre Basis in der Gemeinsamkeit des Überlebenskampfes hatte, sollte als politische Richtschnur gelten, um ein faschistisches Terrorregime in Zukunft zu verhindern. Wenn wir uns heute umsehen und uns fragen, was heute aus dieser Botschaft geworden ist, so müssen wir feststellen, der aktuelle Zustand unserer Gesellschaft spricht ihr Hohn. Rassismus in allen Schattierungen feiert Urstände. Bestimmt sogar das politische Handeln der Regierung und das mit Zustimmung großer Teile der deutschen Bevölkerung. Kriege mit deutschen Waffen finden nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine statt. Innenpolitisch werden Gesetze und Verordnungen geschmiedet, die sowohl einen Angriff auf soziale Lebensstandards als auch auf demokratische Freiheitsrechte darstellen. Und als Motor dieses Prozesses sind wieder völkisch ausgerichtete Kräfte am Werk, die sich nicht nur in der AfD als konzentrierter organisatorischer Ausdruck, sondern in der Mitte der Gesellschaft, vor allem in den nationalkonservativen Teilen der CDU und den nationalliberalen und wirtschaftsliberalen der FDP wiederfinden. Die Wahlergebnisse und Umfragen der letzten Wochen machen deutlich, es gibt zwischen den Wählern dieser Parteien erhebliche Schnittmengen, die rassistische, autoritäre und antisoziale Lösungen als politisches Konzept fördern. Man kann den Eindruck gewinnen, es werden wesentliche Grundsätze, die einmal als antifaschistische Grundrechte in unserer Verfassung eingeflossen sind, von den politisch bestimmenden Parteien über Bord geworfen. Die Themenfelder, auf denen das passiert, finden wir überall, wo wir hinschauen. Zwei Beispiele, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, will ich anführen. Da ist die Asylpolitik. Ohne auf den Anteil der Verursachen deutscher Außen- und Wirtschaftspolitik einzugehen, will ich nur den innenpolitischen Aspekt erwähnen. Da wird von einer Überlastung der Kommunen und Gemeinden geredet, deren Grundlage nicht mehr in einer vernünftigen Verteilung von Unterkünften der Versorgung und Integration der Boden entzogen wird, sondern mit der Kriminalisierung der Schutzsuchenden beantwortet wird. Illegale und irreguläre Einwanderung wird als Stichwort propagiert. Was ist das? Illegale Einwanderung für einen Schutzsuchenden, der im Grunde genommen keine andere Möglichkeit hat, als mittlerweile sich über die Grenze zu schleichen. Das Recht auf Asyl und Schutz wird umgedeutet, indem der Übertritt auf deutsches Staatsgebiet zu einem rechtlosen, ja rechtswidrigen Akt des Schutzsuchenden verkehrt wird. Der Aufenthalt von Schutzsuchenden wird zu einem Gnadenakt deutscher Großmütigkeit erklärt, der nur noch denjenigen zugestanden wird, die auf wundersame Weise ihre Flucht nach Deutschland hinter sich gebracht haben. Auf direktem Weg, ohne Zwischenstuch, per Luft, per Wasser oder, so unglaublich es klingen mag, über Land in geschlossenen Containern. Nahezu alle europäischen Länder werden als sichere Staaten erklärt. Und nicht nur die. Tunesien, Marokko und andere werden zu Recht staatlichen Garanten gemacht und deren Rücknahmebereitschaft wird Millionen von Euro erkauft. Selbst bei dem Bürgerkriegland Syrien wird ins Kalkül gezogen, ob es nicht hier Landesteile gäbe, in denen man vor Verfolgung sicher sei. Das von Warlords beherrschte Libyen wird mit Waffen, Schiffen und Geld ausgestattet, um Schutzsuchende auf dem Mittelmeer abzufangen und zurückzuziehen. Gleichzeitig wird zur ideologischen Absicherung dieser Maßnahmen der Kulturrassismus geschürt und mit Verschwörungstheorien wie dem Grave Reset unterlegt. Die deutsche Kultur und damit das deutsche Volk müsse für Überfremdung gewahrt und der soziale Standard gesichert werden. Das böse Wort von der Umvolkung vor dem Schutz der deutschen Kultur und dem sogenannten deutschen Wesen, ein klassischer Begriff völkischer Theorie, hat mittlerweile in der Umgangssprache einen normalen Eingang gefunden. Ebenso wird erfolgreich Sozialangst geschürt, indem Geflüchtete für den runtergewirtschafteten Markt von Sozialwohnungen, das seit Jahrzehnten vernachlässige Schulsystem, sowie den Engpässen auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich gemacht werden. Der gewerkschaftliche Kampf um sichere Arbeitsplätze, um soziale Absicherung, der Kampf für bezahlbaren Wohnraum und für größere Bildungsgerechtigkeit wird umgedeutet in einen Kulturkampf. Nicht Klassenkampf innerhalb einer Gesellschaft, sondern völkischer Kampf von innen gegen die angeblichen Eindringen von außen wird propagiert. Der Schuldige für die Krisenlasten wird außerhalb der Gesellschaft verortet und sein Eindringen aus existenziellen Gründen soll bekämpft werden. Und wo er bereits eingedrungen ist, müssen rigorose Maßnahmen ergriffen werden, um ihn schleunigst wieder zu entfernen. Rückführung ist da das Stichwort. Ausgrenzung, Abschiebung und Abschottung lauten die Parolen, die nicht nur an Stammtischen, sondern auch den Mündern sogenannter seriöser Politiker ertönen. Und wir müssen feststellen, diese Methode hat Erfolg. Das Voranschreiten der AfD, ihre zunehmende Verankerung in der Bevölkerung sowie ihre Ausstrahlungskraft über ihre Anhänger- und Wählerschaft hinaus zeigen das. Gesellschaftlicher Verfall, Dekadenz auf allen Ebenen, so die Tönen, diese Braunen, seien die Ursache für den Niedergang. Sie seien die Bedrohung, nicht die sozialen und ökonomischen Krisenprozesse. Ich will das an einem zweiten Beispiel, an einer anscheinenden Randfrage verdeutlichen. Nämlich die Debatte um die gendergerechte Sprache. In den Augen der AfD, aber nicht nur, sondern auch in den Augen vieler Menschen mit National-Konservativer anschauen, kommt die Verwendung und vor allem ihre Legalisierung als mögliche Sprachform in Amts- und Schulsprache dem Untergang des Abendlandes gleich. Geschlechtergerechte Sprache wird als Anschlag auf eine als ideal empfundene hierarchische Gesellschaftsordnung gesehen, deren Fortbestehen global für Stabilität sorgen soll. Das ist eine ganz und gar antimaterialistische Vorstellung, dass mystischem Denken sehr, sehr nahe kommt. Es suggeriert aber auch, dass diese Gesellschaftsordnung in permanenter Gefahr ist und ständig verteidigt werden muss. Bricht sie zusammen oder vertiefen sich die Krisen, so ist das im völkischen Denken ein weiterer Beleg für den Kampf um eine autoritäre Gesellschaftsordnung, die wunderbarerweise auch dann für die ökonomische Stabilität sichern und sorgen soll. Gesellschaftliche Krisen sind immer ein Einfallstor für faschistische, auch für präfaschistische Bewegungen. Das war auch schon zur Zeit von Werner B. Seelenbinder so. Von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen haben wir gerade mehr als genug. Dabei gilt es natürlich zu beachten, dass die simple Gleichsetzung hier Armut, da Rechtspopulismus und das eine führt zu dem anderen, Humbuch ist. Zum einen, weil ein monokausaler Zusammenhang bei sozialen und politischen Prozessen nicht gegeben ist. Zum anderen, weil der Faschismus die Krise selbst braucht und nicht das, was daraus resultiert. Es sind die Abstiegsängste und nicht der Abstieg selbst, der Rechtspopulismus und Faschismus in letzter Konsequenz befördert. Welche Schlussfolgerungen können wir als Antifaschisten daraus ziehen? Ich will zwei nennen. Erstens, Ausgangspunkt, die Situation, habe ich schon geschildert, ist alles andere als rosig. Die antifaschistische Bewegung ist in der Defensive. Ein gemeinsames Handeln findet zur Zeit nur punktuell statt. Die politische Linke demontiert sich gerade selbst. Ich will das nicht weiter ausführen. Jeder, der die Zeitungen liest, kann das genau beobachten. Als Beispiel für diese Schwierigkeiten und diese Differenzen und Spaltungselemente sei nur der Schlagabtausch genannt, der sich über die Frage nach der Verantwortung für den Ausbruch des Russischen Krieges gegen die Ukraine abspielt. Nicht einmal eine gemeinsame Aktion gegen die zunehmende Militarisierung unserer Gesellschaft und den damit verbundenen sozialen Kahlschlag ist bisher zustande gekommen. Die Gewerkschaften halten zwar in ihren offiziellen Verlautbaren im Großen und Ganzen Kurs, sind aber in vielen zentralen Fragen mobilisierungsunfähig. Unter anderem auch deshalb, weil ein erheblicher Teil ihrer Mitglieder mittlerweile selber Sympathien für die rechte Bewegung besitzt. Sozialdemokratie und Grüne sitzen in der Regierung und tragen einen Teil der Verantwortung für die sozialen und politischen Krisenprozesse mit, auch weil sie in der Migrations- und Sozialpolitik von der AfD und CDU, aber eben auch von ihrem Koalitionspartner FDP sich vor sich hertreiben lassen. In den letzten Wochen konnte der staunende Bürger sehen, wie zum Beispiel in der Frage der deutschen Grenzen fast tageweise Positionen aufgegeben wurden und die Abschottung vorangetrieben wurde und man sich den Forderungen der rechten Kritiker bei den politischen Maßnahmen immer weiter annäherte. Ähnliches konnten wir bei der Kindergrundsicherung und dem Bereich der inneren Sicherheit bestaunen. Im Ergebnis, der Vertrauensverlust in die Regierungskoalition hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Der typische Vorwurf rechter Bewegungen, die Regierungen seien unfähig und verkauften die Interessen des Volkes an wen auch immer, gewinnt an Fahrt und schlägt sich in Ablehnung nieder. Nicht nur die Parteien und ihre Leitungen seien korrupt, so die Legende, sondern das ganze System sei marode und müsse grundlegend reformiert werden. Entsprechend glänzend steht die rechte Bewegung da. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung mit größeren regionalen Schwerpunkten, in denen die Zustimmung an die 50-Prozent-Marke und darüber anklopft, bekennen sich mittlerweile zu ihr. Und diese neue Stärke macht sich nicht nur in Parlamenten breit. Es ist die Straße, in denen die Bewegung Räume erobert. Kaum von der bundesweiten Berichterstattung kommentiert, finden in vielen Orten wöchentlich Demonstrationen rechter lokaler Organisationen statt, bei denen oft hohe dreistellige Zahlen erreicht werden und jeglicher lokalen Opposition die Luft genommen wird. Hinzu kommt die Präsenz in den sozialen Medien, bei der diese Bewegung ihre Propaganda betreibt, und zwar in einer Sprache, die an Offenheit hinsichtlich ihrer rassistischen Tiraden und ihrer Demokratiefeindlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Die rechte Bewegung befindet sich noch nicht in der Phase, in der sie die Macht übernehmen kann. Wenn auch der Übergang einer faschistischen Bewegung zu einer Organisation an den Hebeln der Staatsmacht fließend ist, so bedarf es dazu, die massive Unterstützung von bedeutenden Teilen der Großindustrie, des Handel- und Finanzwesens sowie einer weitgehenden Zersetzung des Staatsapparats, vor allem im Bereich der Exekutive. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Immerhin ist es ihr gelungen, die AfD, Entschuldigung, noch befindet sich die AfD auf dem Weg, den Boden für die Unterstützung vorzubereiten. Einen großen Schritt ist sie schon vorangekommen. Immerhin ist es ihr gelungen, sich nicht nur als Protestpartei zu präsentieren, sondern sie hat in der Öffentlichkeit und für viele Menschen die Rolle der Partei des sozialen Protestes übernommen. Wer ihr Programm und ihre Reden kennt, weiß, wovon ich rede. Soziale Armut, bessere Bildung, Mindestlohn, soziale Infrastruktur, Wohnungsnot und Wohnungsbau, billige und sichere Energieversorgung, innere Sicherheit, Abbau der militärischen Unterstützung im Rahmen der NATO, Schluss mit der ruinösen Konkurrenz und der Landwirtschaft durch andere EG-Länder, Förderung der nationalen Industrie und damit verbundenen Sicherungen der Arbeitsplätze in Deutschland werden dort als Programmpunkte und Arbeitsaufgaben genannt. Alles Thesen, die das Herz des deutschen Arbeiters und Mittelständlers hochschlagen lassen. Kein Wunder, dass die Zentren ihres Einflusses in den ländlichen Regionen mit schlechter sozialer und ökonomischer Infrastruktur liegen, aber mittlerweile gewinnt die AfD auch in den Großstädten und Stadtstaaten an Einfluss. Eine politische Isolierung, Stichwort Brandmauer, ist längst zu einem kleinen Steinhäufchen vorkommen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, denn die Frage ist doch, wie können wir diesen Vormarkt stoppen? Es ist vorhin gesagt worden, dass ich Mitglied einer kleinen antifaschistischen Initiative in der Britzer Rufeisensiedlung bin. Wir haben uns in den letzten Sitzungen auch mit dieser Frage beschäftigt, welchen Anteil wir an dem Stopp des Vormarschs der AfD und ihres Umfeldes, welchen Beitrag wir dazu leisten können. Wir haben uns in der Vergangenheit viele Flugblätter und mehrere Zeitungen geschrieben, in denen wir uns mit der AfD auseinandersetzen und gegen sie versucht haben zu argumentieren. Leider mussten wir feststellen, beim Durchsehen und Vorbereiten unserer zukünftigen Aktivitäten dass bis auf zwei Flugblätter und ein paar Zeitungsartikel alles andere für die öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Partei und ihrem Umfeld untauglich geworden ist. Das betrifft vor allem Texte, die sich um den Nachweis bemühen, dass die AfD sich immer mehr zu einer faschistischen Partei entwickelt hat. Diese Aussage ist zwar objektiv richtig, aber sie hat bei einem Großteil des AfD-Potenzials keine abschränkende oder verstörende Wirkung mehr. Die Titulierung der AfD als eine rassistische, demokratiefeindliche Partei, die eine andere, eine autoritäre Gesellschaft will, zieht als antifaschistische Argumentationslinie in diesem Potenzial nicht mehr. Ihre Wählerschaft hat viele dieser Inhalte längst inhaltlich übernommen. Rassismus und Ablehnung von demokratischen Verfahren, von rechtsstaatlichen Grundsätzen bis hin zu sozialdarwinistischen Vorstellungen, die auch den Ausschluss von Menschen mit Behinderung einschließen, sowie die Entsorgung der deutschen Geschichte zur Beseitigung des sogenannten Schuldkults sind mittlerweile in vielen Köpfen als gesellschaftliche Lösungsvorstellungen gang und gäbe. Was bleibt, ist zum einen der Zusammenschluss aller Demokraten auch unter Ausklammerung von relevanten Differenzen. Der Kampf um die Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte muss die Grundlage für ein antifaschistisches Bündnis sein. Im Kleinen einer Initiative wie auch im Großen innerhalb der VVN, aber auch über die VVN hinaus und die Parteien. Und zwar eben unter Einschluss von Menschen oder Organisationen, die keine sozialistische Perspektive vertreten. Der oft praktizierte Grundsatz rein aber fein macht uns als antifaschistische Bewegung kraftlos. Die Basis des Bündnisses muss der Minimalkonsens politische Liberalität zu verteidigen und ökonomische Marktliberalität anzugreifen sowie den rechten demokratiefeindlichen Vormarsch zu stoppen als Grundlage haben. Es geht darum, die Notwendigkeit einer schrittweisen Kehrtwende in der Sozial-, Migrations-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik sowie im Infrastrukturbereich zu vermitteln. Ich weiß, dass dieser Minimalkonsens schwer zu erzielen ist und ich weiß, dass eine Reihe von Kameradinnen und Kameraden diesem Problem skeptisch gegenüberstehen. Aber es geht uns darum, die Scheinlösungen der AfD in den relevanten gesellschaftlichen Fragen deutlich zu machen und ihren unsozialen Charakter, der hinter diesen vordergründigen Lösungen steht und den Schlagworten steht, deutlich zu machen. Vom sozialen Schein entkleidet wird deutlich. In Wahrheit sind es Lösungen zugunsten der Privilegierten unserer Gesellschaft. Genau darin besteht der Kampf um die Köpfe. Ob jeder von uns und unseren Partnern über eine Widerspruchspfeile und über jegliche erhabene Lösung verfügt, spielt für uns keine oder eine nachrangige Rolle. Als kleine Initiative müssen wir uns notgedrungen bei der Auswahl unserer Aktivitäten beschränken. So haben wir uns für einige wenige Themen entschieden, die wir im Vorfeld des Europawahlkampfs aufbereiten und in der Siedlung mit der Nachbarschaft diskutieren wollen. Anhand einzelner Beispiele aus dem AfD-Programm, die uns für die Wohn- und Arbeitsbedingungen unserer Nachbarschaft relevant erscheinen, wollen wir möglichst konkret aufbereiten, dass deutlich wird, wie eine Rückabwicklung von Globalisierung, Nationalismus sowie eine neoliberale Wirtschaft, Finanz- und Sozialpolitik keine persönlich besseren Arbeitsplätze, nicht mehr Sicherheit und bessere Chancen verschaffen würde, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Bisher ausgewählt haben wir die Wohnungspolitik, die Schulpolitik, die Klimapolitik sowie die Sozialpolitik. Wer sich jetzt wundert, dass die Migrationsfrage, über die ich ja vorhin fast gesagt habe, nicht auftaucht, der sollte wissen, dass diese in allen vier Bereichen eine wesentliche Rolle spielt. Rassismus ist und bleibt das Kernthema, mit dem die AfD für eine autoritäre gesellschaftliche Gesamtlösung mobilisiert. Wir haben vor, zu jedem einzelnen Thema eine Info zu erstellen und eine Veranstaltung über diese Thematik im Rahmen von Europapolitik der AfD in der Siedlung durchzuführen. Das alles klingt sehr bescheiden und wird den allgemeinen Trend sicherlich nicht wenden. Aber getreu unserem Motto, wenn jeder vor seiner Haustür kehrt, wird die Welt auch sauberer, werden wir uns bemühen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Danke. 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 Danke.